Auch in diesem Jahr habe ich wieder viele Spiele von der Spiel23 mit nach Hause gebracht. Und natürlich habe ich mich vorher auch vorbereitet und ja, viele Spiele hatte ich auf dem Schirm, aber eben nicht alles. Es gab auch diesmal wieder einige Überraschungen auf der Messe Spiele in Essen. Und ja, im Folgenden möchte ich einfach mal 15 Überraschungen auf der Spiel23 vorstellen, die ich jetzt hier auch Schritt für Schritt von der 15 bis zur 1 durchgehe. Aber das ist natürlich keine endgültige Bewertung der Spiele, sondern ich habe einfach mal so, ja, die Spiele nach meinem Interesse und wie sehr sie mich überrascht haben, hier mal aufgelistet. Ja, und los geht es auf Platz 15 mit Satori von Peroloco Games. Und das ist ein interessantes und sehr schön aussehendes Worker-Placement-Spiel. Es geht in den japanischen Buddhismus und wir versuchen halt, ja, die Erleuchtung zu erlangen. Und das tun wir, indem wir auf dem Pfad der Erkenntnis vorankommen. Und was wir da tun, ist ja recht klassisches Worker-Placement, denn wir bauen mit unseren Aktionen Tempel, wir rekrutieren Mönche und versuchen eben auf diese Weise auch an der großen Pagode von Koyasan zu arbeiten, was das Herz des Zen-Buddhismus ist. Und das sieht alles sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Also wirklich ein sehr schön, viel in Weiß gehaltenes Spielbrett, schöne Box und schöne Materialien. Ist aber doch ein recht anspruchsvolles Spiel, muss man sagen. Die BGG-Bewertung liegt bei 3,24 von 5. Ist für 1 bis 4 Personen 25 bis 100 Minuten. Und ja, Autor ist Paco Yannes, Artist Edu Walz und wie gesagt bei Peroloco Games. Und ja, ich finde das ganz spannend und wie gesagt, gerade der Mix aus dem Thema der schönen Gestaltung und doch dem anspruchsvollen Spiel hat mich hier überrascht. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Von daher Satori bei mir hier auf Platz 15. Auf Platz 14 haben wir eine Neuheit von Pandasaurus Games. Da hatte ich zwar vorher schon von gehört, konnte mir aber nicht so richtig was darunter vorstellen. Und das ist Emerge. Und Emerge konnte ich mir auf der Spielenessen dann auch genauer anschauen. Und das Besondere sind hier diese 3D-Elemente, die das Spiel wirklich auch ausmachen. Und zwar ist es so, dass verschiedene neue Inseln im Ozean aufgetaucht sind. Und wir sind Wissenschaftler und müssen nun herausfinden, was auf diesen Inseln los ist, welche neuen Ökosysteme sich dort entwickeln. Und das Spannende zum einen ist hier, dass dieses Spielbrett, diese Inseln sich wirklich in 3D entwickeln. Das heißt, die wachsen so aus dem Wasser heraus. Und wir lernen halt immer mehr über die. Wir sorgen dafür, dass dann auch bestimmte Pflanzen und Tiere dort ansässig werden. Und thematisch erforschen wir das und so sorgen wir dafür, dass das immer weiter wächst. Und wir machen dadurch Forschungsergebnisse. Wir haben neue Erkenntnisse und machen dadurch Punkte. Und ich finde einfach diesen Ansatz mit diesem 3D-Spielbrett, was wirklich erstmal sehr ungewöhnlich aussieht. Und man sich nicht vorstellen kann, wie das jetzt wirklich ein etwas anspruchsvolleres Spiel werden kann. Finde ich sehr spannend und ist es trotzdem nicht so schwer. Also die Komplexität laut BG liegt bei 2,0 von 5. 2 bis 4 Spieler spielen rund 75 Minuten. Und der Autor ist Adam de Young und Artist Tom Goyon. Und das sieht wirklich toll aus. Und ich finde es auch mal wieder ein ungewöhnliches Spielsystem. Von daher Emerge hier auf Platz 14 meiner Überraschungsliste. Auf Platz 13 haben wir Nebula von Fractal Yoegos. Das ist ja ein sehr schönes, aber auch ein abstraktes Spiel, in dem es in unsere eigene Galaxie gibt. Und wir sammeln Sterne, die aus verschiedenen Quellen stammen, von verschiedenen Himmelskörpern und legen die in unsere eigene Galaxie sozusagen. Da gibt es bestimmte Regeln für die Positionierung. Und unser Ziel ist es, dabei eben bestimmte Aufgaben bzw. Ziele zu erfüllen, um viele Punkte zu machen. Und ich muss sagen, das ist natürlich ein abstraktes Spiel. Und das Thema ist in irgendeiner Form aufgesetzt, klar. Aber es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und ich finde einfach diese ganze Gestaltung schön. Ich finde den Ansatz schön. Und ich bin ja keiner, der so wahnsinnig viele abstrakte Spiele spielt. Aber Nebula reizt mich einfach, weil doch die Regeln sehr zugänglich sind und sehr, ja, doch sehr, sehr einfach dann gehalten sind. Aber das Spielbrett eben so schön aussieht und ein schönerer Spielfluss zustande kommt. Zumindest das, was ich auf der Messe in Essen sehen konnte. Das ist von Christian Bustos und Bernardo Vazquez, Artist Luna Vargas. Zwei bis vier Personen spielen 30 bis 45 Minuten. Und die Komplexität von Nebula liegt aktuell bei 2,14 von 5 bei BoardGameGeek. Dann haben wir auf Platz 12 ja ein richtiges Abenteuerspiel, nämlich Explorers auf Navoria. Und das konnte ich mir auch auf der Messe in Essen anschauen. Und dort gibt es das allerdings nur auf Chinesisch bisher, wobei ich mir das eben auch auf Englisch habe erklären lassen. Autor ist Meng Junlin und der ist auch der Grafiker. Und das Spiel führt uns in einen Fantasy-Kontinent mit dem Namen Navoria. Und dort sind neue Kontinente aus dem Meer aufgetaucht, also so ähnlich wie bei Emerge. Und hier ist es in dieser Fantasy-Welt halt so, dass der Council von Navoria eben Abenteuer rausschickt, die diese neuen Kontinente erkunden sollen. Und das sind wir und da erleben wir ein wirkliches Abenteuerspiel. Und es ist so, dass wir aus einem Beutel Aktionsmarker ziehen und die uns zum einen erlauben, Abenteuerkarten zu draften, die wir dann auf unser Tableau legen und die uns halt verschiedene Boni, verschiedene Vorteile, dauerhaft Fähigkeiten und so weiter bieten. Und dadurch auch so ein Engine-Building erlauben, was uns stärkere und bessere Aktionen erlaubt und dann eben auch unser Ansehen in Navoria damit schweigern können. Und damit können wir auch verschiedene Entwertungen dann auch freischalten durch Set-Collection. Und diese Token, die wir da aus dem Beutel gezogen haben, die werden dann auch noch weiterhin genutzt, nachdem wir diese Karten uns geholt haben, in Worker-Placement-Manier, indem wir dadurch Aktionen nutzen und über diese Welt reisen. Und ich finde, das sieht wirklich nach einem richtigen schönen Abenteuerspiel aus, in so einer ganz frischen Fantasy-Welt, die jetzt nicht auf irgendwas basiert, was man schon kennt, sondern wirklich mal eine ganz andere. Auch das Cover sieht sehr schön aus und auch wenn ich es jetzt nicht spielen kann, weil es eben bisher nur auf Chinesisch ist, freue ich mich da sehr drauf, denn 2024 wird von Explorers of Navoria eine englische Version bei Tranda Games erscheinen und da freue ich mich auf jeden Fall schon jetzt sehr drauf. Und ebenfalls freue ich mich auf den Platz 11 meiner Liste und das ist Trolls and Princesses, ja ein Spiel, was im Original bei Game Brewer erschienen ist jetzt auf der Messe und dann jetzt auch auf Deutsch bei Miraculous erscheinen wird. Und da geht es halt in die schwedische, beziehungsweise skandinavische Sagenwelt, denn dort sind ja Trolle allgegenwärtig. Und ja, hier auch die Grundlage für dieses Eurogame. Wir haben jeweils einen Trollstamm und wir haben so ein interessantes, ovales oder rundes Spielbrett und wir wollen das machen, was Trolle machen. Wir wollen quasi unsere eigenen Kinder sozusagen mit Menschenkindern austauschen, solche Changelings. Wir wollen Menschen für unsere Zwecke einspannen. Wir reißen Kirchenglocken nieder, die wir nicht mögen. Wir entführen Prinzessinnen und bauen natürlich auch unsere eigene Höhle aus, um alles eben Ansehen zu gewinnen, um am Ende eben bei dem Mountain King recht viel Ansehen zu bekommen und entsprechend dann das Spiel zu gewinnen. Und dazu nutzen wir halt verschiedene Aktionen. Wir sammeln auch Ressourcen und versuchen dann im Endeffekt der Gewinner zu sein. Und ich fand einfach, dieses Spiel, man erkennt halt, dass hier auch ein Autor am Werk ist, der nicht irgendeinen Eurogame-Mechanismus sich ausgedacht hat und dann irgendein Thema, was können wir jetzt als nächstes machen Wikinger oder so. Sondern hier hat ja Pim Thunburg, hat ja wirklich in der Sagenwelt seiner Heimat sozusagen darauf basierend dieses Spiel entwickelt. Und ich finde, das sieht man die schon auf jeden Fall an, an der ganz niedlichen Gestaltung, die ganzen auch humorigen Sachen, die man da machen kann. Und von daher, ja, Trots und Prinzess ist das für mich so ein bisschen Überraschung. Das hatte ich auch nicht so wirklich auf dem Schirm. Hat mir aber sehr gut gefallen, eben weil es thematisch, aber auch spielerisch ungewöhnlich klang. Künstler ist ja Edu Walz. Das Spiel ist für zwei bis vier Personen, 90 bis 120 Minuten und die Komplexität aktuell bei BGG mit 3,0 von 5 angegeben. Auf Platz 10 liegt bei mir Pirate Tales, was auf jeden Fall auch eine Überraschung war, bei Skellig Games auf Deutsch. Und in Pirate Tales, wie der Name schon vermuten lässt, sind wir Piratenkapitäne, die durch die sieben Weltmeere reisen. Und da zum einen unser Schiff verbessern, indem wir neue Karten uns auf die Hand holen und auch mehr Würfel, die uns bessere Erfolgschancen bieten. Denn wir versuchen eben immer weiter zu reisen und per Push Your Luck eben zu versuchen, möglichst erfolgreich Schätze abzugreifen und damit der erfolgreichste Pirat zu werden. Das Problem ist halt hier, dass zum einen eben, dass eben Push Your Luck ist, dass wir decken immer wieder Karten auf. Später, wenn wir weiter reisen, kommt auch noch eine Krakenkarte nach dem Spiel, die uns besondere Herausforderungen stellt, die wir dann mit unseren Handkarten und mit unseren Würfeln erfüllen müssen. Aber wie gesagt, die Kartenkarte hat auch immer Effekte, das können gute Effekte sein oder negative Effekte. Und so müssen wir immer schauen, dass wir uns möglichst verbessern mit unseren Würfeln und unseren Karten. Und dann versuchen eben immer auch mit ein bisschen Glück natürlich, möglichst erfolgreich als Pirat zu sein. Die anderen können dann auch noch gegen uns oder für uns wetten, was dann auch nochmal ein Einkommen an Dublonen bringt. Und ich muss sagen, Piratales ist wirklich ein zugängliches Spiel. Ist jetzt kein komplexes Spiel. 2,0 ist die Komplexität aktuell bei BGG von 5. Ist aber wirklich ein sehr spannendes Spiel, wo wir halt wirklich ein bisschen Spaß haben. Wir können unsere eigene Engine so ein bisschen aufbauen und versuchen eben dann immer ein bisschen mehr Glück und durch unsere Möglichkeiten, das zu beeinflussen, eben da vorzugehen und der erfolgreichste Pirat zu werden. Und es sieht einfach auch toll aus. Die Gestaltung ist super, das Spielbrett, die Karten. Also mir gefällt Piratales wirklich sehr und ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Klang für mich eher so wie ein, ja, ein Familienspiel, was mich aber nicht so gereizt hätte. Aber doch, Piratales war für mich auf jeden Fall eine Überraschung auf der Spiel. Zwei bis vier Personen spielen 45 bis 60 Minuten und der Designer ist Benno Sönelt. und Artist Roman Kuscharski und wie gesagt, Piratales auf Deutsch bei Skellig Games. Dann haben wir Art Society von Mitch Wallace bei Mighty Boards. Und das ist, wie der Name auch hier vermuten lässt, ein Spiel, in dem es um Kunst geht. Denn wir ersteigern Kunstwerke, sammeln diese dann und arrangieren sie auf unserer eigenen Wand sozusagen, diese Gemälde. Und versuchen aber damit eben auch zu beeinflussen, was denn so in kommender Zeit der Trend ist. Denn wir haben nicht nur diesen Beat-Mechanismus, wir haben auch noch einen Markt, der halt vorgibt, welche Trends es gibt. Und den können wir halt in gewisser Weise beeinflussen und damit eben auch den Wert unserer Gemälde, die wir ersteigert haben, natürlich entsprechend steigern. Und so versuchen wir am Ende die erfolgreichste Kunstsammlung zu haben. Und das sieht nicht nur sehr schön aus. Ich mag ja solche Spiele, die dann eben auch so reale Kunstwerke, beziehungsweise hier sind das eben auch keine realen Kunstwerke, sondern selber erstellte Kunstwerke des Verlages beziehungsweise des Grafikers. Ich finde das aber wirklich sehr schön gemacht und es ist wirklich auch ein zugängliches Spiel. Zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren spielen ja 30 bis 60 Minuten. Und ja, ich mag einfach diesen Beat zusammen mit dem Markt-Mechanismus und dass wir hier eben auch so einen kleinen Puzzle-Element haben. Also Art Society, ein sehr, sehr schönes Spiel, was mich auch überrascht hat. Und wie gesagt, Autor Mitch Wallace, Grafiker gibt es verschiedene. Veronika Krasi, Max Kosek, Angelika Regni, Sophia Rossi und mehr. Also da haben wirklich sich einige beteiligt, um das Spiel auch wirklich so schön zu machen, wie es jetzt geworden ist. Das war Art Society bei mir auf Platz neun der Überraschungen. Auf Platz acht haben wir, ja ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Kanga Geros. Auf jeden Fall ein Spiel mit einem brasilianischen Titel, denn diese namensgebenden Kanga Geros sind sozusagen gesetzlose in Brasilien Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts. Denn in den Norden von Brasilien war sie sehr, sehr arm damals und da haben sich dann halt verschiedene Gangs gebildet, die halt gegen den Status quo sich aufgelehnt haben und ja, dort ihr Unwesen getrieben haben. Und das fand natürlich die brasilianische Regierung nicht so gut. Sie hat dann so eine spezielle Polizeieinheit auf die Jagd nach denen geschickt. Und unser Ziel ist es halt, als einer dieser gesetzlosen Banden dort möglichst erfolgreich zu sein, indem wir unser Kartendeck-Torsier haben, welches wir für Aktionen nutzen, optimal einsetzen. Wir versuchen der Polizei zu entkommen, beziehungsweise die sogar anzugreifen. Wir heuern neue Mitglieder für unsere Gang an. Wir greifen das Gefängnis an in der Recife, in der Hauptstadt dort. Wir platzieren Banditen als Schutz für Regionen, um unseren Einfluss zu steigern. Wir sammeln natürlich auch Ressourcen in der Region, wo wir sind und versuchen halt so erfolgreich zu sein. Wir haben auch jeweils einen speziellen Anführer, der besondere Fähigkeiten mitbringt. Man hat also hier noch so eine leichte asymmetrische Fähigkeiten drin. Und ja, ich finde es einfach ein sehr schönes, ein bisschen Sandbox-Spiel, weil wir haben so einen Spielplan, wo wir eben freiwillig bewegen können und gucken müssen, wie wir dann auch gegen die anderen Banditengruppen, aber auch gegen die Polizei eben agieren. Und ja, ein sehr schönes Thema, mal wieder so ein Lokalkolorit-Thema aus einer Geschichte oder aus der Geschichte von Brasilien, was ich sehr spannend finde. Ja, und deswegen Gangadgeros bei mir auf Platz 8 erscheint hier beim Schwerkraftverlag. Ich habe es mir eben bei Ares Games anschauen können. Autor ist Roberto Pestrin, Grafiker Emiliano Mamucari. Zwei bis fünf Personen, ab 13 Jahren spielen ja 60 bis 120 Minuten. Und die Komplexität wird aktuell mit 3,455 angegeben. Ist also doch schon ein etwas anspruchsvolleres Spiel. Deutlich zugänglicher ist der Platz 7 meiner Top 15 Überraschungen auf der Spiel 23 und das ist Broadlines. Das ist ein Partyspiel, von dem, glaube ich, bisher gar keine deutsche Version angekündigt wurde. Aber ich denke mal, das kommt noch. Denn Broadlines von Cranio Creations ist wirklich ein sehr interessantes Partyspiel. Auch wieder so einfach, wo man denkt, ja, warum ist man da oder warum ist da jemand anders nicht vorher auf die Idee gekommen? Und zwar spielen wir kooperativ und versuchen, Begriffe zu erraten. Eine Person kennt den Begriff halt nicht, alle anderen kennt den Begriff und diese müssen dem ratenden Tipps geben. Und das tun sie, indem sie auf transparente Folien entweder zwei gerade Linien oder eine Kurve einzeichnen. Also wenn jemand dran ist von den Tippgebern, dann kann er entweder eine Kurve zeichnen oder zwei gerade Linien. Und die werden dann immer übereinander gelegt. Das heißt, man bemalt diese Folie vor sich selber, muss dann natürlich gucken, dass man sie so bemalt, dass sie auf die bisher liegenden Folien irgendwie draufpasst. Und das alles zusammen da natürlich einen Tipp ergibt. Und das finde ich doch sehr, sehr schön gemacht und sehr interessant und wirklich einen neuen Ansatz. Weil ja, hier wirklich das Tippgeben spannend ist. Man hat auch nur eine bestimmte Anzahl von möglichen, von diesen transparenten Folien. Dann ist halt die Runde zu Ende sozusagen. Man versucht damit natürlich möglichst viele Begriffe zu erraten. Und da kommen immer wirklich schöne Sachen zusammen, da man eben auch auf die Zeichnungen der anderen, diese angezeigten Linien oder Kurven reagieren muss. Und entsprechend manchmal fragt man sich, okay, was willst du denn damit zeigen? Also das ergibt auch sehr schöne und lustige Diskussionen. Also Broadlines, auch ein sehr spannendes Spiel und ich hoffe, das Partyspiel kommt dann auch auf Deutsch. Ist von Biero Modolo. Zum Grafiker gibt es hier leider keine Angabe. Drei bis acht Spieler spielen ja circa 15 Minuten. Und das Spiel ist für Spieler ab sieben Jahren. Und auf Platz sechs haben wir wieder ein komplexeres Spiel. Wir haben The Warp. Und The Warp ist ein Spiel, von dem ich schon gehört habe vorher, wo ich aber nie so richtig, ja, irgendwie bisher was anfangen konnte damit. Im Original von Jumping Turtle Games ist das Spiel jetzt bei Crimspire erschienen. Und das ist ein asymmetrisches Vorex-Strategiespiel im Weltraum. Das sieht man auch an der Komplexität. 3,4 von 5, also wirklich schon fast im Expertenbereich. Für 1 bis 4 Personen, 90 bis 180 Minuten. Und in The Warp spielen wir halt eine Alienrasse, die nach einem, ja, Krieg sozusagen wieder versucht, Fuß zu fassen. Und die Kolonien, die dort im Weltall sind, quasi für sich in Anspruch zu nehmen. Und wir haben ja verschiedene Alienrassen, da kommen immer noch manche zum Einsatz sozusagen. Und wir müssen unsere eigene dann zum Weg zum Erfolg anführen. Wir können bestimmte Warp-Gates erobern oder wir können bestimmte Sachen finden, die eben von der Katastrophe, die dort passiert ist, hinterlassen wurden. Wir kämpfen gegen rivalisierende Kolonien und so weiter. Und es gibt hier insgesamt 66 Missionsziele im Spiel, sodass wir jede Partie auch andere Möglichkeiten haben oder andere Ziele haben, was das Spiel natürlich unterschiedlich macht. Und im Endeffekt ist es ein Area-Control- und Kartenmanagement-Spiel, auch mit Engine-Building dabei. Und wir versuchen halt, ja, unsere Kolonie möglichst am besten auszubauen. Und das sieht wirklich sehr, sehr schön auch. Wir haben sehr, sehr schöne Miniaturen in dem Spiel, tolle Kartengestaltung. Und ja, insgesamt wirklich ein spannendes Spiel, auf das ich jetzt richtig neugierig geworden bin, nachdem ich mir das auf der Messe in Essen genauer anschauen konnte. Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass ich bald dann eben mal The Warp richtig ausführlich spielen kann. Ja, das war The Warp von Grimspire. Platz 5 wird von Colorsquare belegt, ein neues Spiel vom Spiel, das Verlag, das jetzt auch zur Spiele 2023 erschienen ist. Und auf den ersten Blick, ja, hatte ich das auch nicht so auf dem Schirm, denn es sieht erstmal nach einem sehr generischen Roll-and-Ride-Spiel aus. Ist aber sehr spannend und ich finde es wirklich mal auch nochmal einen neuen schönen Kniff, denn wir haben hier auf einem Blatt einen Raster von 4x4 Feldern. Und jedes dieser Felder besteht nochmal aus einem mittleren Kreis, wo eine Zahl drin steht und 4 Ecken, in die wir Würfelwerte eintragen. Das heißt, wir versuchen für jedes von diesen 16 Feldern durch Eintragen von Werten den entsprechenden Zielwert zu erreichen. Denn das gibt uns entsprechend viele Punkte. Also wenn da eine 16 drin steht, müssen wir in den 4 Ecken drumherum entsprechend Zahlen eintragen, die in der Summe 16 ergeben. Dann bekommen wir diese 16 Punkte am Spielende. Wenn wir das nicht schaffen, also wenn wir weniger eintragen als die 4, dann passiert ja nichts. Wenn wir 4 eintragen, aber die Summe zu hoch oder zu niedrig ist, bekommen wir dafür 10 Minuspunkte. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Und wenn wir dran sind, würfeln wir 5 Würfel. Das sind 4 farbige und ein weißer Würfel. Von den 4 farbigen suchen wir uns 2 aus und können dann entsprechend in das, in so eine Ecke den Wert eintragen. Das heißt, eine rote 5 muss dann auch in eine rote Ecke in einem von den 16 Feldern eingetragen werden. Und alle anderen Spieler nehmen sich den weißen Würfel, also den Wert des weißen Würfels und können diesen Wert in eine beliebige Farbecke eintragen. Und so ist halt jeder Spieler dran. Und man muss natürlich auch ein bisschen rechnen und muss versuchen eben auch cleverer zu spielen, dass man sich möglichst Optionen offen lässt. Das Problem ist nämlich auch, wenn einer in einem Zug so ein Feld abschließt, also alle 4 Ecken voll macht und auch mit korrekten Werten, dass die Zielwert erreicht wird, dann müssen die anderen das durchstreichen und können in späteren Runden das nicht mehr erfüllen. Also da muss man auch gucken, wo sind die anderen. Das ist auch dadurch ein bisschen interaktiv, dass man schaut, okay, auf welche Felder gehen die anderen, wo tragen sie ihre Zahlen ein, wo lohnt es sich noch drum zu kämpfen oder nicht. Das finde ich sehr spannend. Hinzu kommt, dass es im Regelwerk nicht nur bestimmte Herausforderungen, Spielherausforderungen gibt, die ich schon mal sehr interessant fand, sondern dass es auch noch eine Rückseite gibt von diesem Blatt. Und da sind auch wieder 16 Felder, allerdings sind da die Werte ein bisschen anders. Da sind teilweise dann hier Zielwert, der kleiner gleich einer Zahl ist oder größer gleich einer Zahl ist. Das heißt, keine feste Werte drin. Oder wir haben in bestimmten von den Ecken schon Werte drin. Das heißt, eine rote 6, da können wir auch nur eine rote 6 eintragen zum Beispiel. Das macht die Sache noch mal anspruchsvoller und noch mal interessanter. Also ich muss sagen, Color Square ist jetzt nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber unter den Roll & Ride Spielen, die so abstrakt sind, wo wir einfach Würfel würfeln und Werte eintragen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, weil man hier immer wieder taktisch überlegen muss, wo man was einträgt und das ein bisschen im Auge behält, welche Werte einem da noch fehlen und was man machen kann. Ist natürlich auch ein bisschen Zufall dabei. Und wenn wirklich partout eine bestimmte Zahl nicht gewürfelt wird in einer bestimmten Farbe, dann hat man vielleicht auch Pech. Aber das kann man eben auch ein bisschen beeinflussen, je nachdem, wie man spielt. Und wie gesagt, man muss ja nicht alles zumachen, wenn man das nicht möchte. Oder je nachdem, wie die anderen spielen, die vielleicht ein bisschen schneller fertig sind mit bestimmten Feldern. Also Color Square gefällt mir sehr und hoffe natürlich, dass da auch in Zukunft noch mehr Spielblätter erscheinen. Autor ist Patrick Kartona und Grafiker Christian Scharschmidt. 1 bis 6 Personen ab 8 Jahren spielen Color Square ca. 20 bis 30 Minuten. Und die Komplexität liegt bei wirklich erstmal sehr zugänglichen 1,25 von 5. Auf Platz 4 haben wir ein Legacy-Spiel. Und da denkt natürlich jeder, oh, ein riesiger Karton. Aber nein, ist es in dem Fall nicht. Denn es geht um Wild Tales. Ein Legacy-Abenteuer erschienen bei Frosted Games im Original, bei Buttonshy. Und Buttonshy, das ist ja der Verlag, die machen ja eigentlich nur so kleine Spiele, die oft aus 18 Karten bestehen. Und das ist hier bei Wild Tales auch der Fall. Und mit diesen 18 Karten, die zwar doppelseitig sind, aber trotzdem hat man hier ein krasses Legacy-Spiel entwickelt. Kooperativ erleben wir wirklich eine Kampagne. Verschiedene Kapitel müssen immer in jedem Kapitel bestimmte Aufgaben erfüllen. Und damit wird auch die Geschichte weitererzählt. Und wir versuchen, unser eigenes Piraten-Imperium aufzubauen. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich wirklich geflasht. Also klar hatte ich davon vorher gehört, aber ich bin da bei solchen kleinen Spielen generell vor der Messe so ein bisschen eher zurückhaltend, schaue eher auf die großen Titel. Und was ich dann von Wild Tales da gesehen habe, hat mich wirklich echt angesprochen. Von daher freue ich mich auch sehr drauf, dieses Legacy-Spiel jetzt hier weiterzuspielen. Das gab es jetzt übrigens auch bei PNP Arcade. Das ist ja ein Print-and-Play-Online-Shop. Gab es hier während der Black Week für nur 1 Dollar oder 99 Cent. Und das gibt es jetzt immer noch da relativ günstig. Aber klar, kann man natürlich auch, sollte man auch Frosted Games unterstützen, die hier die deutsche Version lokalisiert haben. Autoren sind Dustin Dobson und Milan Sivkovic, Grafiker Fahri Maulana, Marta Viada und Milan Sivkovic. Und das Spiel ist für 1 bis 2 Personen ab 12 Jahren. Ca. 30 Minuten dauert eine Partie. Und die Komplexität liegt von Wild Tales bei 1,75 von 5. Auf Platz 3, also auf dem Treppchen, ist bei mir Night Tales gelandet. Und das ist noch nicht mein aktuelles Spiel, denn das Spiel ist bereits 2022 bei Voodoo Games erschienen. ist ein Crowdfunding-Projekt gewesen, was so ein bisschen ungünstig gefallen ist. Ich konnte auch auf der Messe mit dem Verlagsinhaber sprechen. Night Tales ist halt damals direkt irgendwie zu Corona an den Start gegangen und viele waren dann sehr zurückhaltend. Man wusste ja nicht, was passiert. Die Leute haben ihr Geld zumindest zum Anfang zusammengehalten, während dann in der zweiten, im ersten Corona-Herbst und dann später die Leute dann gesagt haben, naja, dann geben wir das Geld halt für Spiele aus. Und das war halt in den ersten Wochen und Monaten nicht so, als das losging. Und genau da fiel das Crowdfunding von Night Tales. Das war natürlich ungünstig, aber bald soll es einen neuen Kickstarter, ich glaube, einen Kickstarter, vielleicht wird es auch ein Game Founder, auf jeden Fall ein Crowdfunding von Night Tales geben. Und da freue ich mich schon sehr drauf, denn ich konnte das da spielen und muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein Tower-Defense-Spiel, wo wir unser eigenes Dorf gegen anstürmende Monster verteidigen müssen. Das sind halt verschiedene Monster, verschiedene Monstervölker, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und am Ende dieser anstürmenden Monster, die so auf drei Lanes kommen, gibt es dann noch einen Boss, der natürlich besondere Fähigkeiten hat und besonders schwer zu besiegen ist. Und wir sind halt Krieger und versuchen drei Nächte und drei Tage zu bestehen, beziehungsweise wir kämpfen in der Nacht und am Tag können wir uns halt ausrüsten und verbessern, neue Ausrüstung bekommen und versuchen halt da möglichst viel Ruhm zu sammeln bei der Verteidigung des Dorfes und müssen dafür sorgen, dass natürlich diese anstürmende Monster und der Boss nicht so viel Schaden an den Befestigungen des Dorfes macht. Denn wenn die zerstört sind auf einer Lane, dann haben wir das Spiel verloren, da die Monster eben in das Dorf strömen. Und das ist wirklich super ausgestaltet, tolle Illustrationen, niedliche Minis der Helden. Die Gegner sind alle auf Karten, sieht aber auch toll aus. Also generell wirklich ein sehr, sehr schön gestaltetes Spiel und gefällt mir sehr, muss ich sagen, habe ich echt Bock. Es gibt auch zwei Erweiterungen, die dann weitere Gegner und weitere Möglichkeiten da reinbringen. Mehr Abwechslung, mehr Karten. Ja, also Nighttale hat mich wirklich überrascht und sehr gut gefallen und ich freue mich da sehr auf den kommenden Kickstarter. Ist für 1 bis 4 Personen, 60 bis 90 Minuten dort hier ein Spiel. 2,63 von 5 ist die Komplexität bei Boardgame Geek, also ein Kennerspiel in dem Bereich, von den Regeln her. Designer ist Stefan Tisa Hansson, Künstler Dominik Mayer und wie gesagt Nighttale ist bei Voodoo Games erschienen. Auf Platz 2, ja auch eine Neuheit, die schon in vieler Munde war, aber die ich auch nicht so auf dem Schirm hatte, einfach weil ich zum einen dieses Jahr nicht zum Pegasus-Pressetag es geschafft habe. Das heißt, ich konnte das Spiel erst später spielen und ja, auf der Messe ist es dann gut angekommen, ist aber ein relativ kleines Kartenspiel, von daher hatte ich es auch nicht ganz so auf dem Schirm und das ist Five Towers von Deep Print Games und das ist ein kleines Kartenspiel, in dem wir selber in unserer eigenen Auslage fünf verschiedenfarbige Türme bauen. Das tun wir, indem wir Karten absteigend dorthin legen. Also ganz unten liegt dann die höchste Zahl und nach oben werden die Zahlen immer kleiner, denn wir dürfen in der Regel nur kleinere Zahlen auf so einen Turm legen, als da drunter liegt und der Witz ist hierbei, dass wir um diese Karten bieten. Das heißt, es wird eine Auslage aus fünf Karten gemacht und wir bieten drauf und natürlich könnte man sagen, ich biete fünf, weil dann hat man schon gewonnen, weil der nächste kann ja nicht mehr bieten, aber man will in der Regel auch gar nicht alle Karten, denn da liegen natürlich durchbunt durchgewürfelte Karten und manche passen bei uns gar nicht, die dürfen wir gar nicht anlegen, weil wir dürfen keine zehn auf eine drei legen, eine höhere Karte auf unseren Turm. Auf der anderen Seite liegen da teilweise früh im Spiel vielleicht schon sehr kleine Karten in der Auslage und wir wollen unseren Turm erstmal aufbauen. Wir wollen jetzt nicht auf die 15 gleich eine drei legen und das heißt, der Turm kann gar nicht so hoch wachsen, denn wir wollen möglichst hohe Türme haben, denn bei der Wertung her bringt jede Karte in jedem Turm erstmal einen Punkt, wenn dann oben das richtige Dach drauf ist, dann bringt jede Karte zwei Punkte in einem Turm und den größten Turm bekommen wir dann noch mal für jede Karte einen Punkt mehr. Das heißt, wir versuchen möglichst taktisch dann auch zu bieten, dass wir eben immer wieder Karten bekommen, aber trotzdem unsere Chancen waren, möglichst hohe Türme zu bauen, natürlich diese Dächer zu bekommen, die gleich den Punktwert jeder Karte in einem Turm verdoppeln und das ist wirklich taktisch ziemlich cool und deswegen gefällt mir Five Towers wirklich extrem gut. Ein sehr schönes, zugängliches Kartenspiel mit interessanten Kraftmechanismus oder so Beat-Mechanismus und auch sehr schönen Möglichkeiten, denn die Acht und die Neuen haben auch Sonderfähigkeiten, sodass man dann eben auch mal eine größere Karte auf eine kleinere Karte legen kann und umgedreht eben auch eine größere Karte liegen haben kann. Also ich glaube, auch die Neuen kann auch was Größeres und die Acht kann auf jede Karte irgendwie, so war das, ist jetzt auch die Regeln wirklich sehr einfach und kann man sich schnell angucken und also Five Towers von Deep Print Games hat mir sehr, sehr gut gefallen. Autor ist Caspar Lapp, Grafiker Annika Heller, zwei bis fünf Personen ab sieben Jahren spielen ja 15 bis 30 Minuten und die Komplizität bei BGG ist 1,26. Ja, meine größte Überraschung, das ist natürlich immer so eine Sache, klar, das sind jetzt vor allem kleinere Spiele, habt ihr schon mitbekommen, weil ich die halt vor der Messe gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das sind tendenziell eher die größeren Spiele, die ich mir so anschaue und ein kleines Spiel, was mir auch extrem gefällt und wo ich sage, das könnte ich jetzt nicht jeden Tag spielen, ist Far Away und deswegen ist es hier auf Platz 1 bei mir gelandet, hatte ich auch überhaupt nicht so auf dem Schirm und zwar ist Far Away ein Spiel, wo wir einfach kleine Plättchen aus einer Auslage draften und diese in acht Runden ausspielen, sodass wir nachher eine Reihe aus acht Plättchen haben und dann gibt es eine Wertung. Das hört sich erstmal sehr unspektakulär an. Der Witz ist aber, dass wir hier auf diesen quadratischen Plättchen oder Karten Symbole haben, also Voraussetzungen, das heißt, wir haben bestimmte Wertungen, Siegpunkte, die gibt es manchmal so, oft aber müssen wir da bestimmte andere Symbole haben als Voraussetzung, dass diese Wertung überhaupt triggert und viele von diesen kleinen quadratischen Karten bieten wiederum Symbole auch an, die wir dann für andere Wertungen zum Beispiel nehmen können, um die zu aktivieren. Das heißt, wir müssen schauen, wenn wir solche Karten auslegen, dass wir eben nicht nur tolle Wertungen und tolle Karten, die uns viele Punkte bringen, auslegen, sondern dass wir entsprechend auch die Symbole dann haben. Denn der Witz ist, wir legen in jeder Runde halt eine Karte aus und zwar von links nach rechts. Gewertet wird aber am Ende von rechts nach links. Das heißt, wir müssen am Anfang schon uns gut überlegen, okay, welche Karten wollen wir ausspielen, was brauchen wir noch dazu noch, diese Karten müssen wir uns am besten draften. Es gibt dann auch noch, wenn man höhere Karten als vorher legt, die haben alle Nummern und wenn man eine höhere auslegt, als die vorher da lag, dann bekommt man solche zusätzlichen, ich glaube, es sind Schreinkarten, die halt bestimmte nochmal Siegpunkte bieten oder eben meistens irgendwelche Symbole, die wir noch nutzen können. Und bei der Wertung ist es halt auch so, wir fangen ganz rechts an und es zählen immer und nur die Karten für die Wertung, die rechts davon liegen beziehungsweise die Karte selber. Das heißt, die dritte Karte, wenn die gewertet wird, zählt bloß die dritte Karte und die zwei rechts davon. Und da müssen wir halt dafür sorgen im Spiel, dass wir entsprechende Symbole natürlich auch so legen, dass diese Wertung möglichst alle triggern, um möglichst viele Punkte zu machen. Und also das ist jetzt vielleicht auch nicht so einfach zu erklären, aber wenn man es mal gespielt hat, man kann das auch Board Game Arena digital spielen, funktioniert auch sehr, sehr gut, ist das einfach wirklich ein sehr schönes Spiel, was überhaupt nicht überladen ist. Man hat ja nicht am Ende 500 Karten liegen, weil wir man nicht anderen spielen, sondern diese Wertung ist dann auch relativ schnell gemacht und es ist wirklich so ein Hirnzwirpler, weil man wirklich beim Legen in diesen acht Runden immer schon mitdenken muss, okay, ich werte dann von rechts, okay, was muss ich noch legen? Also mir hat Faraway wirklich extrem gefallen und deswegen, weil ich es auch überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte, für mich die größte Überraschung auf der Spiel 2023 von Catch-Up Games und der Autor ist Johannes Goupi und Quarantine Lepra, Grafiker Maxime Morin, zwei bis sechs Personen, ab zehn Jahren spielen ja 15 bis 30 Minuten und die Komplexität wird mit 1,93 von 5 angegeben. Ja, Faraway, meine größte Überraschung von der Spiel. Das waren meine Top 15 Überraschungen auf der Spiel 2023 und ja, mich würde natürlich jetzt sehr interessieren, was eure Überraschungen sind. Welche Spiele hattet ihr nicht so auf dem Schirm? Mit welchen Spielen seid ihr vielleicht von der Spiel zurückgekommen und sagt, wow, das ist wirklich ein schönes Spiel, von dem ich vorher gar nichts gehört habe oder von dem ich nichts erwartet habe? Hinterlasst gerne einen Kommentar.